So, das Biest schleicht hier noch irgendwo rum. Von daher sollten wir zusehen, dass wir hier jetzt wegkommen. Vor allen Dingen mal hinknien und den Motion Cracker benutzen. Boah, da ist es. Verdammt. Das hört sich an, als wäre es irgendwo. Verdammt, 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 verdammt. Okay. Was war das? Ah. Es kommt. Es hört sich aber eher so an, als würde es irgendwo in einer Kanalisation poltern. Und zwar direkt. Okay. 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 Dieses Vieh. Dr также. Dramps, Rues. He Kentuckyskill Missus. D Here. 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 Lieber einmal mehr verstecken. Warte, das ist direkt neben mir. Mann, gib mir doch mal eine Möglichkeit, hier rauszukommen. Oh oh. Scheiße. Jetzt scheint es direkt... War ziemlich nah jedenfalls zu sein. Dann, ja. Hab ich's doch richtig geahnt. Stopft nach links weiter. Nein. Hast du mich gesehen? Bitte, geh weg. Okay, jetzt. Schnell. Alter, alter. Komm, jetzt verfeif dich hier. Nein. Ich bin nicht da. Wo müssen wir denn jetzt überhaupt hin? Ah, finden Sie Dr. Morleys Schlüsselkarte. Na, super. Dr. Morleys Schlüsselkarte. Also ist das quasi direkt hier geradeaus. Nein, super. Nein. Nein, super. Nein, super. Nein, super. Nein, super. so gut die können jetzt natürlich nicht ewig ich bin zu Das ist in der Belüftung Wir sind jetzt da drin, da wollten wir aber eigentlich gar nicht hin. Also wieder raus und dann links. Ich höre es laufend noch. Ich höre es laufend. Ich höre es laufend. Ich höre es laufend. Ich höre es laufend. Okay. So viel dazu. Hilft uns wahrscheinlich auch nicht wirklich viel. Molly, Molly. Molly ist Rundgang. Scheiße. Ich habe es genau gehört. Da ist es. Alter, verweif dich, du blödes Viech. Du siehst mich nicht. Ich atme nicht. Jetzt kriecht das Viech auch noch. Mann, Mann. Olli, M. Doch da, Morl ist Rundgang. Hahaha. Wie kommen wir denn da bitteschön hin? Stockwerk wechseln. Hä? Ist das ein Jarman Stockwerk? Ne, muss doch eine Karte wieder aktualisieren, was? Fantastisch, okay. Können wir da hier durch? Was ist denn das da direkt gegenüber für einen Ausgang? Ist das ein Ausgang oder was ist das? Okay, Personalquartier. Ich höre es schon wieder. Ich habe das Gefühl, man muss schon sehr in Bewegung bleiben bei dem Spiel. So, jetzt höre ich es zweimal noch. Jetzt höre ich es nicht mehr. Verdammt, wo bin ich? Das ist doch hier gerade irgendwo aus der Ventilation gekommen. Scheiße. Nein. Ich bin weg. Ey, Mann. Ja, war klar. War klar. War klar. Hau ab. Boah, jetzt aber nichts wie weg hier. Scheiße, der war schon wieder. Komm schon, Manu. Ey, du musst auch genau vor. Immer da, wo ich bin. Na ja, los. Was soll's. Schrott haben wir genug. Ja, wieder verstecken. Hm. Sie stehen auf einem Hügel. Ihre Heimat liegt unten im Tal. Sie sind weit davon entfernt. Können Sie dort umziehen? Oh nein. Ich muss mich jetzt hier erstmal orientieren. Dazu gehen wir mal in den Schrank. Und orientieren uns mal. So, nee, genau da wollen wir nicht hin. Das heißt, wir wollen da raus und dann links lang. Das war richtig, oder? Da raus und dann links. Links. Waren wir hier schon? Nee. Nee, ich glaub nicht. Nee, ich glaub nicht. Okay. Hier raus und dann weiter nach links. Äh, nach rechts meine ich. Entschuldigung. Okay. Hier raus und dann weiter nach links. Äh, nach rechts meine ich. Okay. Hier sind wir, glaub ich, richtig. Ups. Ne, waren wir da auch schon mal, oder? Ups. Ups. Ne, waren wir da auch schon mal, oder? Ja, von hier sind wir doch gekommen. Aber jetzt ist hier links die Tür auf. Was? Gerät unzureichend? Gut. Nein. Okay. So viel dazu. Okay. Dann machen wir einfach in der nächsten Folge weiter. Bis dann.